Eigentlich der Elli, wie sie sehr, also wie sie traurig war und dann habe ich halt sie immer gefragt, was ist los und mir hilft es persönlich immer sehr, wenn ich meinen Trost einfach auch reden kann. Ja, eigentlich der Elli eigentlich wieder gut, weil die Julia hat ja auch sehr gut geholfen und mir dann auch, weil ich gewusst habe, was ich da habe, das hat sich schon was gebraucht. Also an meiner Schule gefällt mir sehr gut, dass einfach sehr gute Lehrer da sind und die Klasse, dass wir einfach alle unterschiedlich sind und dass sie eigentlich jeder vom anderen verlassen kann und dass kleine Streitigkeiten einfach bald einmal wieder vorbei sind.